Ich bin heute hier in Düsseldorf unterwegs beim Gloria Award. Dass wirklich die einzelne Frau oder der einzelne Mann geehrt wird, das ist natürlich hier das ganz Besondere an dieser Gloria. Kosmetik ist so wichtig in unserem Leben, gerade in der Schönheitspflege und im Schönheitsbusiness. Von daher bin ich ganz, ganz happy, dass ich ein zweites Mal heute hier bin. Ich habe die Ehre, den Award für das Lebenswerk überreichen zu dürfen und darauf freue ich mich sehr. Da ich es genieße, in Wellness-Tempeln jeder Art, entweder Hände, Füße, Gesicht oder per Massage den ganzen Körper in einen schöneren Zustand bringen zu lassen, finde ich super, dass gute Institutionen auch ausgezeichnet werden. Wir sehen, wir haben sehr wenig Nominierte, weil der Qualitätsanspruch wahnsinnig hoch war. Ich bin immer sehr gerne dabei, weil ich finde, Fashion und Beauty gehört zusammen. Das ist ganz, ganz wichtig, einen jemanden zu ehren, der seine Arbeit liebt, mit Leidenschaft dahintersteht und wirklich jeden einzelnen Kunde, auch wenn er selbst mal einen schlechten Tag hat, trotzdem jeden einzelnen Kunden so gut zu behandeln, wie jetzt wäre es der erste Kunde. Ich freue mich dann für die Leute, weil sie einfach eine Bestätigung für ihre harte Arbeit erfahren. Ich freue mich dann für die Leute, weil sie einfach eine Bestätigung between die Plastien und die Gewissern und die Gewissern und die Gewissern und die Gewissern, weil sie die Gewissern und die Gewissern und die Gewissern, die wirklich am besten sind. Ich freue mich dann für diese Geschmack-Experte, weil sie nicht mehr und ich bin England, auch eine Abflucht-Ansage, in denen man die Verlust, weil sie nur noch mehr und ich verschlebt. Ich freue mich dann für die Gewissern, die Gewissern ausfühlen. Und wenn du das so gut zu tun hast, dann wäre es das erstmalig. Es ist wirklich total aufregend hier und wir haben gehofft, wir haben gezittert und jetzt hat alles geklappt. Es fühlt sich großartig an, ich bin begeistert, ich bin überrascht, ich bin einfach nur happy, großartig. Wir wollen ganz gute Institute, ganz hoch auszeichnen, deswegen der Deutsche Kosmetikpreis. Bis zum nächsten Mal.